Wer zuletzt lacht, denkt zu langsam. Von und mit Sascha Korf Der Vorspann Jetzt muss ich mich aber ins Zeug legen. Es muss mir gelingen, dass sie schon nach meinen ersten Sätzen begeistert juchzen. Denn ich habe kürzlich in einer Literaturstudie aus Aserbaidschan gelesen, dass die ersten Minuten eines Hörbuches darüber entscheiden, ob sie willens sind weiterzuhören oder nicht. Die ersten Minuten! Von denen hängt ab, ob sie eine Bindung zu meinem fiesen kleinen Machwerk aufbauen oder ob sie es gehen und ausschalten. Aus diesem Grund müssen die ersten Minuten wohl überlegt sein. Kritiker werden nun zu Recht posaunen, na na na, ein Hörbuch über Spontanität und die ersten beiden Seiten sind wohl überlegt? Wie passt denn das zusammen? Meine ehrliche Antwort? Sehr gut! Denn das ist das Geheimnis dieses Werkes. Spontanität ist planbar. Man kann lernen, spontan zu sein. Ja, auch Sie! Ich möchte Sie nämlich gerne an die Hand nehmen und Ihnen zeigen, wie Spontanität und Improvisation Ihr Leben spannender machen können. Aber was ist Spontanität überhaupt? Diverse Lexiker schreiben dazu, Spontanität ist die unüberlegte Bereitschaft, sich auf neue Situationen einzulassen. Und sie ist offenbar Mangelware, denn Untersuchungen ergeben immer wieder, die meisten von uns wären gerne spontaner und schlagfertiger. Für mich bedeutet Spontanität vor allem eines, der inneren Stimme zu vertrauen, dem ersten Impuls zu folgen, sich auf Neues einzulassen und bereit zu sein, auf die unmittelbaren Konsequenzen zu reagieren. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie liegen nach einem harten Arbeitstag auf dem Sofa und lassen sich von aufwühlenden TV-Dokus in den Schlaf wiegen. Plötzlich klingelt es an der Tür und Ihr neuer Nachbar steht vor der Tür, in der Hand eine Flasche Sekt, Prosecco, Champagner oder etwas ähnliches. Er sagt, dass er um Mitternacht Geburtstag hat und nicht alleine feiern möchte. Was tun Sie? Sagen Sie Nein, knallen die Tür zu und ärgern sich über die Frechheit, nachts Nachbarn rauszuklingeln? Oder sagen Sie spontan, klar, komm rein, feiern die halbe Nacht, finden dabei heraus, dass Sie beide eine gesunde Abneigung gegen Auberginen haben und zitieren anschließend die legendären L'Orient-Sketche. Gut, mag sein, dass ich mich in dem eben genannten Beispiel in eine Art rosamunde Pilcherwelt verirrt habe. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, wie der Abend verlaufen kann. Genauso gut könnte es sein, dass Sie Ja sagen, um dann betreten, nebeneinander sitzen, Floskeln zu wechseln und um fünf nach zwölf allein im Bett liegen. Nichts muss, alles kann passieren. Das ist die Grundregel der Spontanität. Zunächst einmal müssen Sie allerdings bereit sein, Ja zu sagen und sich spontan in eine neue Situation werfen. Sie zweifeln noch. Sie denken, ha, was wäre denn, wenn ich Nein sage, diese Person aber bei einer anderen Gelegenheit kennenlerne und wir erst dann richtig enge Freunde werden. Dazu sage ich, legen Sie dieses Hörbuch weg. Von einer Person, die mich kurz vor meinem Geburtstag mit Sekt in der Hand im Hausfluss stehen lässt, möchte ich nicht angehört werden. Allen anderen wünsche ich ganz viel Spaß mit einem mal mehr, mal weniger ernst gemeinten Ratgeber für ein spontaneres Leben. Hauen Sie rein! Oder wie man in der Welt des Improvisationstheaters in den Saal brüllt, Fünf, vier, drei, zwei, eins, los! Kapitel 1 Push your Alltag Wie Sie spontan im Alltag glücklicher und zufriedener werden Tja, wer kennt ihn nicht? Unseren ständigen Begleiter, unseren heimlichen Partner, der allseits bekannte Alltag, morgens raus, schnell einen Kaffee, Tee, Milch oder was immer Sie brauchen, um morgens in die Hufe zu kommen. Vielleicht noch ein Brötchen, Brot oder einen Joghurt, je nach Gusto. Und auf geht's ins Büro, auf die Baustelle, in den Betrieb, in die Bäckerei oder zu all den anderen Betätigungsfeldern, die nicht mit B beginnen. Viele bleiben ja auch zu Hause. Sie halten das Heim in Schuss und bemühen sich, den Nachwuchs möglichst problemlos durch die Pubertät zu bringen. Am Abend wird gegessen, ferngesehen und danach ins Bett gegangen. Der nächste Morgen, der übernächste Tag und die nächste Woche bringen wenig Veränderung dieser Routine. Ganz zu schweigen vom nächsten Monat, Jahr und Jahrzehnt. Klingt öde? Ich möchte damit nicht sagen, dass der Alltag unser Feind ist, den es zu bekämpfen gilt. Außer, dass er oft ein wenig langweilig ist, gibt der Alltag uns nämlich auch Schutz. Er ist wie ein wärmender Mantel, den wir nur ungern ablegen. Entschuldigung, liebe Hörer. Diese Metapher könnte glatt aus einem dieser Weltverbesserungen... ...